Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Aber ja, gern sogar. Komisch, was man noch aus seiner Kinderzeit weiß. Du bist genauso wie alle anderen auch. Du bist kein bisschen anders. Aber Ihr Sohn ist anders. Bist du dumm oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der dumm ist too. Ich bin Jenny. Ich bin Forrest, Forrest Gump. Sie war eine allerbeste Freundin. Meine einzige Freundin. Von dem Tag an waren wir immer zusammen. Jenny und ich. Lauf, Forrest! Sie werden mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber ich kann laufen so schnell wie der Wind. Oh Gott, wer ist das denn? Das da, das ist Forrest Gump, Coach, unser Dorftrottel. Ich hab nie gedacht, dass mir das mal was bringt. Die haben mich dann sogar in das All-American-Team gesteckt. Wenn man da drin ist, kann man den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennenlernen. Ich gratuliere. Wie fühlen Sie sich denn? Ich muss pinkeln. Ich glaube, er hat gesagt, er muss pinkeln. Ich weiß ja nicht, ob es an mir lag, aber die Zeit auf dem College war irgendwie sehr verwirrend. Bist du schon mal mit einem Mädchen zusammen gewesen? Im Kurs für Hauswirtschaftslehre sind Mädchen und ich sitze daneben. Haben Sie schon über Ihre Zukunft nachgedacht? Gump! Wozu sind Sie einzig und allein in der Armee? Um das zu tun, was Sie mir sagen, Drill Sergeant! Sie sind ein verfluchter Genie! Wir werden noch mal General weitermachen! Zu Befehl, Drill Sergeant! Sie schicken mich nach... nach Vietnam. Hör zu, du musst mir jetzt was versprechen, ja? Wenn du in Gefahr kommst, dann sei bloß nicht tapfer, sondern lauf weg, okay? Okay. Wo kommt die Jungs denn her? Alabama, Sir! Seid ihr Zwillinge? Nein, wir sind nicht verwandt, Sir. Und dann gab's Leute, die sahen einen Sinn in dem, was ich tat. Hör mal dich nicht um mich, hör ab! Sie kriegen die Tapferkeitsmedaille. Tatsächlich? Meine Mama sagte immer, Wunder passieren an jedem Tag. Es gibt Leute, die glauben nicht daran. Genie! Aber es ist so. Komm doch mit mir nach Haus. In mein Haus, in Greenbow. Wenn du krank bist, kann ich für dich sorgen. Warum bist du so gut zu mir? Du bist mein Mädchen. Paramount Pictures präsentiert. Tom Hanks. Ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Robin Wright. Willst du mich heiraten? Ich wäre dir ein guter Mann, Jenny. Das wärst du, Forrest. Aber du willst mich nicht heiraten. Gary Sinise. Ich hab dir nie dafür gedankt, dass du mir das Leben gerettet hast. Und Sally Field. Ich verlange, dass mein Sohn Forrest dieselben Chancen erhält wie andere auch. In einem Film von Robert Zemeckis. Das ist mein Schicksal, Mama. Das, was du selbst herausfinden musst. Die Welt wird anders sein, wenn man sie einmal mit den Augen von Forrest Garnet hat. Das ist mein Schicksal, der Trump gesehen hat. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.